Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr in euren YouTube-Videos in der rechten unteren Ecke euer Logo einfügen könnt, wo dann andere Leute eben drauf fahren können und gleich sehen, zumindest euch gleich abonnieren können. Los geht's und viel Spaß! Beginnen wir gleich mit diesem Programm hier. Das Programm nennt sich GIMP, ist eine Gratis-Software, um Bilder zu bearbeiten und damit können wir jetzt unser Logo transparent machen. Falls es das schon ist, könnt ihr diesen Teil gleich überspringen, aber sonst zeige ich euch jetzt, wie ihr euer Logo transparent macht. Als erstes klickt ihr hier auf Datei öffnen und sucht euch eure Datei oder eben euer Logo heraus. Ich nehme hier das, also das ist meine Datei mit dem Logo, drücke auf öffnen und dann habe ich hier mein Logo schon drinnen. Es hat natürlich noch einen weißen Hintergrund, aber das werde ich jetzt ändern. Ich drücke zuerst hier auf Hintergrund, also auf die weiße Fläche und drücke hier auf der Leiste Ebene, Transparenz und Alpha-Kanal hinzufügen. Jetzt können wir die weiße Farbe löschen und dann haben wir eben den transparenten Hintergrund. Jetzt wählen wir hier die Pempette aus und wählen damit unsere Hintergrundfarbe aus. Hier in dem Fall ist es weiß, drücke einmal drauf und dann nehme ich dieses Werkzeug hier. Drücke auch wieder auf den weißen Hintergrund und dann drücke ich Entfernen. Jetzt ist so ein Großteil der weißen Farbe weg, falls ja jetzt aber noch kleine Überreste sein sollten, so wie hier, kann man die natürlich auch noch markieren und entfernen. Und dann habe ich das jetzt hier schon schön freigestellt. Das kann ich jetzt speichern, indem ich auf Datei exportieren als und dann ist es wichtig, eben euren Ordner aussuchen und dann ist es wichtig, dass ihr diese Datei als PNG speichert. Entweder ihr gebt hier oben Punkt PNG ein oder ihr sucht euch hier bei Dateityp PNG heraus. Dann könnt ihr hier noch einen Namen eingeben und dann einfach exportieren und nochmal exportieren drücken. So jetzt sind wir hier auf der YouTube Seite. Also ihr sucht eben euren Kanal heraus, meldet euch an und dann könnt ihr hier eben das bearbeiten. Ihr drückt hier ganz oben auf Video Manager und dann wird hier gleich so ein Fenster geöffnet. Hier links sucht ihr euch die Kategorie Kanal heraus und hier Branding. Hier könnt ihr jetzt euer Wasserzeichen sozusagen, also so nennt sich das, hinzufügen. Hier ist eben beschrieben, dass es transparent sein sollte. Datei auswählen und dann sucht ihr euer Logo eben, dass ihr transparent gespeichert habt, heraus. Und drückt auf Speichern, dann ladet das jetzt ein wenig und ihr seht das hier schon als Vorschau. Das wird jetzt angenommen, Speichern und dann seht ihr das schon, wie das im Video dann aussieht. Ihr könnt jetzt hier noch genau einstellen, wann das Logo hier erscheinen sollte. Ich stelle es jetzt einfach mal auf gesamtes Video und dann einfach aktualisieren. Und dann habt ihr euer Branding oder Wasserzeichen hinzugefügt. So das war es jetzt schon mit diesem kleinen Video. Ich hoffe es hat dir gefallen. Dann würde ich mich natürlich über deinen Daumen nach oben freuen. Wenn es dir geholfen hat, freue ich mich natürlich auch. An der Seite hier findest du noch weitere Videos und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.